Ungeheuer guten Tag und willkommen zu einer Runde Badwars. Wie beim letzten Mal hat auch diesmal Badwars gewonnen. Ich glaube, ich werde es noch einmal in die Abstimmung packen und wenn es dreimal gewinnt, dann werde ich wahrscheinlich, glaube ich, einmal Badwars rausnehmen, weil ich weiß nicht, ob Badwars immer gewinnt. Findet ihr das so geil oder findet ihr alles andere so scheiße? Habt ihr vielleicht Vorschläge, was sonst noch gemacht werden kann? Ich habe den Anfang jetzt total verpasst, das ist mir aber egal, weil ich sage, lieber komme ich zu spät als zu früh. Okay, da vorne geht schon die Party ab hier. Wir spielen auf der 1x1x1x1x1x1x1 Map, Caravan oder auch genannt 1x8 oder 8x1. 8x1, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich spiele so selten Badwars, aber ich gewinne immer. Erstmal, auf jeden Fall, sorry, dass das Video jetzt wieder so spät kommt. Morgen wird es auf jeden Fall so mittags rumkommen. Also ab morgen kommen die Videos wieder am besten früher. Team Gelb wurde schon zerstört und ich lebe noch. Ich bin der Beste. Okay, dann baue ich mir erst mal das Bett zu. Okay. Warum habe ich die Map Caravan? Vielleicht, weil hier so Caravans sind? Man weiß es nicht. Okay, es ist jetzt noch keiner zu mir gekommen. Ich versuche jetzt einfach, in die Mitte zu gehen, in der Hoffnung, dass mich dann keiner mit dem Bogen abschießt und dass ich den Bogen kriege und das wäre cool. Ach Leute, ich habe mein Leben verbaut. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin bald auf Weltreise. Spaß. Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Weil ich beobachte gerade. Hier ist Peter Pan. Peter Pan. Der Typ da vorne ist auf die harte Tour. Okay, der hat ein Schwert, aber ich nicht. Junge, da siehst du mal, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Da siehst du es mal. Jawohl, Leute. Okay. Jetzt haben wir erst mal Gold. Ich glaube. Ist blau einer von den Leuten, die noch leben oder ist blau einer von den Leuten, die schon tot sind? Ne, blau ist der Typ. Blau ist der Typ. Ne, 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 ne. Jawohl. Das war so nice. Oh mein Gott. Ich feiere mich gerade selbst. Das sollte ich nicht immer tun, aber manchmal ist einfach, es ist einfach krass. Okay. Oh mein Gott, wie der sich ärgern wird. Ich habe nicht mal eine Waffe dabei gehabt. Oh mein Gott, wie der sich ärgern wird. Das ist so lustig. Okay, jetzt holen wir uns Gold und rasten wir richtig aus, Leute. Okay, das wird lustig. Das wird eine lustige Runde. Okay, das nochmal Gold. Das holen wir noch mit. Oh yeah. Wollen wir jetzt direkt mal die übelsten Sachen. Oh ne, er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Shit, 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 shit. Jetzt muss ich beeilen, jetzt muss ich beeilen. Shit, shit, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich weg hier. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, da ist einer. Shit, 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 shit. Da ist einer, da ist einer. Shit, überall sind Leute. Und ich habe nur noch, okay, ich habe noch genug. Okay, ich baue mich noch höher. Hä, mein Bett hat keiner abgebaut, ne? Gut, 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 alles okay. Ich brauche dieses Gold, ich muss damit nach Hause. Okay, das wird jetzt, das wird spannend, das wird spannend, das wird spannend, das wird spannend. Okay, er ist runtergefallen. Der andere ist auch. Okay, ich bin fast tot, aber ich lebe. Und ich habe jetzt meine Basis sozusagen verteidigt. Okay, das wird, oh mein Gott. Jetzt muss ich nur noch irgendwie. Okay, jetzt muss ich nur noch ganz schön einen Bogen holen, dann ist alles safe. Oh mein Gott, Leute, das war der Hammer, was ich da jetzt gemacht habe. Oh mein Gott, so. So, jetzt holen wir jetzt erstmal den teuersten Bogen. Und dann holen wir jetzt noch einen Pfeil. Ist eigentlich Quatsch, so einen teuren Bogen zu holen, weil ich hätte aber auch dafür noch andere Sachen holen können aus Gold. Aber ich will den besten Bogen. Oh, komm schon, und? Bam! Getroffen, gut, dass der Rückschuss hatte. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde, Leute? Was ist das für eine Runde? Ja, jawohl. Jetzt guckst du blöd, ne? Jetzt guckst du blöd. Guck dir die Runde anfangen, guck dir die Runde an. Okay. Oh mein Gott, das wird so lustig. Oh mein Gott, mit so einem Überbogen. Jetzt darf ich nicht mehr runterfallen. Wenn ich jetzt runterfalle, dann weine ich. Ist das Gold hier noch? Habe ich das Gold? Ja. Mit dem Gold hole ich mir jetzt die Überspitzhacke. Pam. So. Peter hat auch noch Besuch. Der lacht nämlich wieder gut auch. Vielleicht hört man das. Oh mein Gott, das wird so lustig. Okay, der Typ will wieder rüberlaufen. Ja gut, er kann machen, was er will. Letztendlich wird er eh keine Chance haben, denn ich habe den Bogen des Todes. Okay, komm schon. Wir brauchen noch ein bisschen Blöcke, weil Blöcke kann man immer gebrauchen in dieser harten Welt. Okay, er wird sich auch einen Bogen holen. Er wird versuchen, sich einen Bogen zu holen. Das ist ganz klar. Wir brauchen was, können wir als Eisenblöcke holen. Ja, Eisenblöcke halt, ne? Ja gut, holen wir als Eisenblöcke. Komm, stell es drauf. Okay. Ich muss halt, glaube ich, jetzt mal in die Mitte. Weil, wenn ich jetzt zulasse, ich glaube, keiner von denen hat einen Bogen, ne? Wenn ich jetzt zulasse, dass einer von denen einen Bogen holt, dann wird es nämlich alles stressiger. Der Typ will sich einen Bogen holen. Dann getroffen. Er wird sich schon wieder so ärgern. Oh mein Gott. Und Team Blau ist vernichtet? Was? Ich habe Team Blau vernichtet? Oh mein Gott. Und der Typ da oben? Ist der Nächste, den ich vernichte? Okay. Ey, ich habe alleine noch nie Bad Wars gespielt, fällt mir gerade irgendwie auf. Nein, er hat einen Bogen. Nein, 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 shit, ich muss hier weg. Nein, bitte, 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 leben, 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 leben. Oh Gott, er schießt auf mich. Oh mein Gott, er hat aber nicht getroffen. Er hat einen Bogen. Okay, shit, einer von denen hat einen Bogen. Oh, kacke. Ich habe gedacht, das wäre für mich so alles schön, aber nein. Okay, der Typ hat einen Bogen da vorne, der. Aber er hat nicht so einen Überbogen wie ich. Also, was soll man machen? Was soll man machen? Okay. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Eisenböck. Äh, ich weiß zwar nicht, warum ich das tue. Oh, doch, einen da noch hin, dann ist alles, glaube ich, gut. Okay, der Typ hat einen Bogen. Okay, ich brauche jetzt ein paar andere, äh, Mittel. Ähm, ich will überhaupt nicht mehr, ich will überhaupt nicht mehr sterben, weil wenn ich sterbe, ist eh alles für den Arsch. Dann ist mein Bogen kaputt, deswegen, ich werde jetzt gar nicht darauf setzen, hier wieder zur Base zu kommen, sondern ich werde einfach darauf setzen, irgendwas Krasses zu machen. Okay, ich kann leider kein Bad Wars, das ist das Problem, weil ich so scheiße bin. Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt noch Gold, äh, wenn ich jetzt einfach Gold sammle, dann kann ich mir Enderpern und so ein ganzes Kram holen. Ha, das mache ich dann einfach. Ich sammle einfach Gold. Was soll ich dann sonst machen? Also, oh, der hat Schafe losgelassen. What the fuck? Die Schafe, die kommen. Oh shit, die Schafe kommen. Die wollen mich umbringen. Die wollen mich umbringen. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Es leben nur noch zwei Teams. Ich habe 14 Gold. Mit 14 Gold kann ich mir eine Enderperle holen. Soll ich das auch tun? Das ist die Frage. Oh, ich glaube nicht. Nö. Okay. Wir gucken einfach mal. Oh, noch mehr Gold. Ich habe irgendwie eine Goldsucht. Ich sage immer, Geld ist nicht alles im Leben. Soll man Gold. Okay. Der andere steht da vorne wie so ein kleiner Mongo. Man guckt mich an. Der andere steht da vorne wie so ein kleiner Mongo. Man guckt mich nicht an. Na egal, ich habe die Mitte. Und der, der die Mitte hat, der Boss. Hä? Ich habe Holz bekommen, weil die Schafe den Baum zerstört haben. Das habe ich auch nicht gewusst, dass sowas geht. Ich verstehe diese Runde nicht. Der andere kommt. Der eine kommt. Der kommt. Er kommt, der Typ. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der andere kommt von da. Shit. 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 Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er down. Da ist er down gegangen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich die komplette Macht. Jetzt habe ich die komplette Macht. Alter, wie knapp das war. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich habe nicht mal eine Nahkampfwaffe gehabt. Oh mein Gott. Das war nice. Das war nice. Jetzt hat er keinen Bogen mehr. Und der andere Typ hat eh keinen Bogen, weil es ein kleines Opfer ist. Yes. Easy Bow Spammer. Learn to play. Oh. Du wurdest einen Tag aus dem Chat gebannt. Mute Grund. Respektlos. Provokantes Verhalten. Ey. Der schreibt doch erst was zu mir. Ich habe mich doch nur gewehrt. Bam. Schon wieder weg. Ja gut. Was soll ich denn machen? Ich habe mich doch nur gewehrt gegen ihn. Ich bin aus dem Chat gebannt. Oh mein Gott. Die Folge heißt jetzt aus dem Chat gebannt. Hä? Was meint ihr mit Bow Spammer? Ich habe zweimal mit dem Bogen getroffen und dann habe ich ihn mit der Spitzhacke zerstört. Die kleine Heulsuse. Heul doch nicht. Heul doch nicht. Du bist noch 23 Stunden 59 Minuten gebannt. Aus dem Chat. Ey Mann. Gomme. Das finde ich gemein. Gomme. Ich finde das richtig gemein von dir. Ich habe gedacht, wir werden Freunde. Gomme. Ey Mann. Ich habe mich doch nur gewehrt. Er hat doch erst provoziert. Ach deswegen hat er geschrieben E2 anstatt EZ. Weil Easy wäre wahrscheinlich auch. Dann wäre er wahrscheinlich gebannt worden. Okay. Und Learn2Play war dann mein Fehler. Hätte ich geschrieben LZP. Versteht ihr Wink? Er hat ja. Okay. Jetzt mach ich Trick 17. Mit Selbstüberlistung. Ja. Ich habe das nicht gerechnet, ne? Mein Lieber. Und jetzt werde ich dein Bett zerstören. so runter mit dir. Runter mit dir. Runter, 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 runter. Verschwinde. Und tschüss. Tschüss. Und tschüss. Was ist denn mal rumbackt in der Luft? Tschüss. Tschüss. So, sein Bett ist kaputt. Und er ist raus. So, der andere kommt jetzt in die Mitte. Jetzt wird es kritisch. Jetzt kommt der andere in die Mitte. Jetzt wird es kritisch. So, jetzt habe ich erstmal diesen einen, der mich beleidigt hat, weswegen ich jetzt gebannt bin. Den habe ich erstmal getötet. Und jetzt kommt der andere. Bam! Getroffen! Easy getwreckt. Und ich habe 41 Gold. 41 Gold. Ich brauche die nicht mal. Ich glaube, ich sollte mich eigentlich vorher das Richtige mit dem ganzen Gold eindecken, ne? Eigentlich sollte ich den finalen Schlag gegen den anderen. jetzt richtig krass machen, ne? Okay, oh, jetzt habe ich, ich habe einfach wie viel Gold in der Mitte auftaucht. Ich habe einfach 63 Gold. Ich glaube, ich habe sowas noch nie gehabt. 64 Gold. Ein ganzer Stack. Ich habe ein Stack Gold. Okay. Jetzt wird nämlich eingekauft. Nämlich ein richtiger Shopping Queen heute. So, Tränke. Oh Leute, jetzt wird es krass. Stärke Trank für 7 Gold. Gönnen. Aber ihr wisst, was ein Stärke Trank ausmacht, ne? So, 5 Gold nochmal für ein Eisenschwert. Gönnen. Und dann noch einmal für einen Goldapfel. Zwei Gold. Jetzt habe ich noch 37 Gold über. What the fuck? Wie heißt nochmal dieser Stick, mit dem man sich so retten kann? Da. Rettungsplattform. Davon kaufen wir mal direkt drei Stück. Ja gut. Jetzt, äh. Weiß auch nicht mehr, was ich mit dem restlichen Gold machen soll. Na egal, komm. Ich würde sagen, los geht's. Äh, ich bin jetzt dick ausgerüstet. Mehr als ich, glaube ich, mehr als ich brauche. Gut, mein Lieber. Jetzt falle ich mal vorunter und alles ist für den Arsch. Okay. Gehen wir mal zum letzten, äh, Gegner, ne? Dö, 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 dö. Ich würde ihm ja gerne schreiben. Aber ich bin ja gebannt. Im Chat. Finde ich aber ein ganz gutes Feature. Ein Chatbann. Weil dann ist man nicht direkt gebannt, aber man hört auch auf, Scheiße zu schreiben. Okay, der Typ. Der Typ. Der will jetzt auf die harte Tour. Also, Goldapfel essen. Das essen. Und die Enderperle werfen. Ich bin da. Und. Bam. 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 Oh, der kommt wieder. Und ist ein. One-Shot. Tschüss. Okay. Ich muss ihn zerstören. Ich muss ihn zerstören. Komm schon. Ich muss ihn zerstören. Er wird jetzt immer wieder wegrennen. Aber ich kann immer wieder mit dem Pfeil und Bogen abschießen. Wird er wieder wegrennen? Ja, er wird wieder wegrennen. Und er ist wieder weg. So. Jetzt werde ich wieder weiter abbauen. Also, es war easy get wrecked. Aber Vorsicht, das darf ich nicht sagen. Nachher werde ich im Real Life gemutet. Er hat überlebt. So. Oh Gott. Einer Tourist mit dem Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns dann. Morgen kommt die Folge mittags rum. Also ein bisschen früher. Ich werde euch versprechen. Morgen kommt die was früher. Nicht so spät. Sonst würde ich sagen. Sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.